Herzlich Willkommen unter dem Weihnachtsbaum des Schulmuseums Friedrichshafen. Mit dieser kleinen Lesung wollen wir Ihnen einen Vorgeschmack bereiten auf unsere Lesung unter dem Weihnachtsbaum, die Sie am 19. Dezember auf all unseren Kanälen YouTube, Instagram und Facebook abrufen können. James Criss, Herr Winter Herr Winter stammt vom Kaukasus. Er ist ein alter Mann, hat eine Wickel um die Brust und sieben Mäntel an. Er hat seit tausend Jahren schon die Gicht im linken Bein. Drum lebte man um seinen Thron zehn Katzenfälle ein. Sein dicker Schal aus Wolle ist geschlungen um den Hals. Der Nordwind ist sein Leibgardist, der Westwind ebenfalls. Als starke Wachen schützen ihn der Raureif und der Frost. Auch machte er zum Paladin den strengen Wind aus Ost. Herr Winter ist ein armer Mann. Denn springt im warmen Lenz der kecke junge Lenz herein, schweicht Angst ihm in das Herz. Ja, die Tyrannen sind nicht froh. Tyrannen sind verbittert. Sie selber zittern ebenso, wie man vor ihnen zittert. Herr Winter ist ein kaltes Schalz. Herr Winter ist ein kaltes Schalz.